Wovil fangen wir an? Wovil fangen wir an? Fangen wir erstmal mit TJ an. TJ hat ein Video hochgeladen. TJ, Vegetarier, probier das erste Mal wieder Fleisch. So, wie lange ist TJ der Vegetarier? Bin ich mal gespannt. Orange Orange hat mich gefragt, würde ich für, wie viel Geld würde ich, würde ich Fleisch essen? Ich hab dem gesagt, mach mal Vorschläge. Hat er mir gesagt, eine Million? Würdest du für eine Million ein Steak essen? Hab ich gesagt, ja, na klar, sofort. Und dann hat er gesagt, ja, und würdest du es auch dann, dass es jemand filmt und das dann veröffentlicht? Hab ich gesagt, ja klar, sofort würde ich es machen. Jetzt kommt mein Trick. Dann würde ich sagen, und auch für 100k. Kennst du dich, hat er auch gefragt, danach. Aber erst hat er für eine Million gefragt, aber für 100k würde ich es auch machen, pass auf. Hat er gefragt, ja, warum? Warum würdest du es machen? Hab ich gesagt, ja, Dings. Wenn ich sage, ich hab eine Million bekommen oder 100k nur dafür, dass ich Fleisch gegessen habe, weil ich Veganer war, dann werden ja alle plötzlich Veganer, weil die denken dann auch, die können Cashmash machen. Und dann werden noch mehr Leute vegan. Das ist der Trick. Dann damit überzeugst du noch mehr Leute vom Veganismus. Ich würde auch, ich glaube, für 100.000 würde ich auch ein Steak mir reinhauen. So ist es nämlich, so ist das Ding. Weil, überleg mal, die Chance habt ihr nur, wenn ihr für euer Veganer seid. Also, wer halt mal vegan, vielleicht, werdet ihr auch mal irgendwann gefragt, ob ihr 100.000 dafür nehmt. Ja, die Sache ist, bei mir ist es ja nicht irgendwie religionsbedingt. Ich esse ja einfach kein Fleisch, weil ich keinen Bock hab, ne. Ist einfach so. Und weil ich hab, hat noch andere Gründe. Aber wenn ich jetzt irgendwie auszusehen Fleisch essen würde oder wenn ich jetzt irgendwie, also, ich glaube, sehr viele Leute denken, ich würde niemals Fleisch essen. Aber für sowas, also für so einen hohen Einsatz, würde ich sofort, natürlich. Also, ich würde aber nicht einfach ohne Grund Fleisch essen. Das ist auf der Punkt. Also, das hier zum Beispiel, so ein Video, wo ich einfach wieder Fleisch probieren würde, das werdet ihr von mir nicht sehen. Das würde es nicht geben. Also, wenn Sturmy mir 100.000 zahlt, okay. Aber einfach so, also, er ist ja Vegetarier, einfach so Fleisch wieder probieren nach einiger Zeit, das würde es bei mir nicht geben, Leute. Da müsst ihr leider einen guten Investor finden. Boah, das ist gerade krass. Das war gerade der erste Fleischbiss von mir seit zwei Jahren. Okay, seit zwei Jahren. Oh, oh. Hallo, wir drehen heute ein lustiges YouTube-Video. Hallo, wir drehen heute ein lustiges... Auf jeden Fall sind wir hier mit dem lieben Sturmy. Was machen wir heute? Und zwar, der Sturmy hat gesagt, du bist jetzt echt schon lange Vegetarier, du willst mal wirklich mal wieder Fleisch essen. Das ist halt wichtig, so auch für das Leben, so, weil... Vitamine. Genau, Vitamine und Proteine und Nährstoffe und Rohstoffe. Wichtig für den Körper, Rohstoffe und Körper, einfach Fleisch. Ganz wichtig dazu, das habe ich eben gesagt. Ja. Dankeschön dafür. Nein, nein, nein. Ich dachte, es wäre doch mal funny, mal nach Jahren, also ich bin wirklich seit Jahren jetzt Vegetarier, und ich dachte mir, ey, ich will einmal wieder Fleisch probieren, aber nur einmal. Ich kann das für mich moralisch vertreten, aber gut, deswegen mache ich das heute. Aber mit dem Twist, dass Sturmy mir gleich Sachen zubereitet, zum Beispiel hier Chivap-Chi-Chi, veganes Chivap-Chi-Chi und halt normales Chivap-Chi-Chi und du wirst bald alle Sachen zubereiten. Ich würde auch einen Mensch essen für 100.000, nur damit ihr es nicht falsch versteht. Ich würde auch einen Menschen essen für 100.000. Wenn der Mensch sich bereit erklärt, und es ist keine Straftat, ich würde ihn essen. Kein Problem. Ich würde nicht nur Tiere essen, ich würde auch Menschen essen. Ich würde alles essen. Das ist mir scheißegal. Falls ihr einen Menschen kennt, der gerne verspeist werden möchte, dann call me. Ich esse euch auch auf. Kein Problem. Hier haben wir halt verschiedene Sachen. Hier haben wir all die Veggie-Sachen. Hier haben wir einmal die ganzen Fleisch-Sachen. Ich brauche jetzt mir die Sachen gleich zu. Und dann muss ich halt testen, was was ist. Dann würde ich auch mal sagen, ja, bereite doch gerne Sachen vor. Aber ich habe auch gleich die beste Augenbinde der Welt, damit ich nicht sehe, was was ist. Das wird gleich meine Augenbinde sein, damit ich halt nicht sehe, was was ist. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Ich bereite jetzt mal zu mit ein bisschen sexy B-Rolle. Let's go. Ich ziehe jetzt mal schon mal meine Maske auf, weil ich will auch nicht wissen, wo welcher Teller steht. Ich will nicht füttern, ne? Also es gibt einmal Schiwapschipschi vegan und einmal vegetarisch und einmal nicht und einmal Fischstäbchen vegetarisch. Ja, ne, wenn du mir so eine Gabel die Hand gibst, das würde mir reichen. Ich mag das schon wieder ins Flugzeug kommen. Okay. Achso. Ich habe einen Schlosschalko gemacht. Ha, hey, ho, ha, hey. Okay, hat alles funktioniert. Äh, machen wir Mund... Vegetarisch. Also als allererstes probiert ihr jetzt vegetarisch. Aber es ist nicht so heiß, ne? Weil ich verbrenne mich schnell. Ich verbrenne mich schnell. Oben ist es drauf. Oben ist oben. Oben ist oben. Das wird das Schiwapschi-Chi sein, denke ich mal, oder? Ja, weißt du schon, was es ist? Ich geh mal hier, warte, das Vergleichsmodell ist wieder oben. Hm, okay, ich weiß, 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 weiß ich nicht. Das erste war deutlich geiler gewürzt. Aber das zweite, ich glaube, boah, das ist gerade krass. Das war gerade der erste Fleischbiss von mir seit zwei Jahren. Das finde ich aber schon weird, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt so zu sehen, als wirklich überzeugter Veganer, schon seit Jahren, jemanden zu sehen, der nach langer Zeit wieder Fleisch ist, das finde ich schon, es ist schon irgendwie berührend irgendwie. Also es stört mich nicht oder so, ne? Aber irgendwie finde ich es sehr seltsam. Also es löst in mir ein seltsames Gefühl aus. Also das würde ich niemals machen. Niemals würde ich das machen. Never. Einfach mal so nebenbei auch. Einfach so nebenbei gerade mal. Einfach so nebenbei gerade mal. Ein Nebensatz, ja. Hast du das gehört gerade immer eigentlich, als du das Fleisch gebissen hast? Ne. Da hat Rhee so durch ganz Aachen schreit. Nein, ich habe ihn wieder verloren. Halt deinen Maul. Mein Tipp ist, das erste ist Veggie oder vegan, das zweite ist Fleisch. Das ist vollkommen richtig, ja. So, ich darf durch variieren, aber ich könnte switchen, wenn ich wollen würde. Ja. Wir gehen jetzt weiter über zu Fischstäbchen. Ja, mach, wie du möchtest. Okay, ich mach, wie ich möchte. Bei Fischstäbchen wird man auf jeden Fall als der Vegetarische erkennen, weil Fisch hat so eine eigene Konsistenz und so einen eigenen Geschmack. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt sagt. Irgendwann einen coolen Trick angewandt. So schmecken Fischstäbchen, glaube ich. So, und jetzt machen wir mal hier. Gucken wir mal. Oh ja, wild. Boah, fuck. Keine Ahnung. Was? Okay, krass, hätte ich gedacht, dass man das leichter erkennt. Keine Ahnung. Null, null Ahnung. Willst du noch mal ein bisschen? Ja, aber du musst dich auch mal probieren. Das eine ist ein bisschen kälter, ist das Problem gerade. Aber null Ahnung. Nummer eins. Oh, krass, krass, hätte ich nicht gedacht. Nummer eins, okay? Nummer eins, ja, ja, das ist Nummer eins wieder, ja. So, schmecken Fischstäbchen. Okay. Aber du auch. Hä? Okay, krass, jetzt bin ich zu... Also, ich probiere selber. Ich weiß es nicht und ich kann... Also, vielleicht wenn man weiß, was was ist, schmeckt man es vielleicht, aber jetzt gerade null. Einfach null. Das eine ist halt nur zu kalt, das ist das Problem. Oh ja. Oh ja. Ich weiß es nicht. Also, Nummer eins war Veggie. Nummer eins war Veggie. Und das etwas kältere ist das mit Fleisch. Ich hätte echt andersrum gedacht, weil das andere war so ein bisschen blabberiger und ich dachte, vielleicht ist es nicht so ganz die geile Konsistenz und Fischstäbchen hier nahm. Nee, das ist Fisch. Ich hätte andersrum gesagt. Ich hätte andersrum gesagt. Ich hätte gesagt, das erste wäre Fisch und das zweite wäre Veggie. Nee, aber war wieder genau das. Hä, aber das schmeckt schon krass, ne? Also, sehr ähnlich, wirklich. Krass. Krass hätte ich gedacht. Ich würde sagen, ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. Das ist krass. Ich mache dir nochmal ein paar andere Sachen, oder? Okay, gerne. Boah. Soll ich die mal, wenn wir einfach easy die hier hinzaubern, dann breite ich sie nochmal an? Und jetzt gleich stehen die neue Sachen in drei, zwei, eins. So, und jetzt müsste hier Essen stehen. Und dann, was ich jetzt gleich kosten werde. Wir haben nämlich jetzt Burger Patties und Nuggets. Ich werde einen Burger machen. Okay, also hier sieht man ja schon, dass das Fleisch ist. Und das hier, das ist aber, das sieht aus wie so eine, leider hätten die jetzt Beyond Meat genommen oder so, dann wäre es wahrscheinlich ein richtig geiles Stück Fleisch. Aber so sieht das schon nicht, also, es überzeugt mich schon vom Aussehen her nicht. Ich glaube, das wird richtig schwer für dich. Das wird schwer? Was ist denn das? Ich glaube, den Burger. Also, ich finde, also der ist aber nicht gut angebraten. Ich muss aber auch sagen, in letzter Zeit, also, grill ich sehr gerne. In letzter Zeit grillen wir sehr viel. Und wenn wir Beyond Meat grillen, dann schmeckt es einfach so krank. Äh, ich gebe sie einmal in die Hand. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Ja, was finde ich jetzt raus? Also, das muss ja eindeutig sein. Oh. Was könnte was sein, ne? Ich dachte beim ersten, das wäre safe Fleisch. Das dachte ich mir nicht mehr, dass es die erste safe Fleisch ist. Aber so oft habe ich bei Burger Patties, ich denke, so schmeckt auch kein Burger Patty. Aber man isst ja auch eigentlich keine Burger Patties, einfach so. Ja, also kommt low carb, ne? Ich, also das erste hat mehr Faser. Und deswegen dachte ich eigentlich, das wäre Fleisch. Aber das zweite schmeckt mehr wie dieses Chivapjichi vorhin. Deswegen würde ich sagen, das erste, ahhh, ne, das erste ist Veggie, das zweite ist Fleisch. Oh ja, richtig. Boah. Boah, aber ey, krass, das ist so nah aneinander. Krass, hätte ich auch nicht gedacht. Es sah nicht mal aus wie so ein geiles Produkt. Was krass ist, normalerweise ist ja bei so Fleischsachen, dass die diese Faser nicht so gut hinbekommen. Und jetzt war es genau umgekehrt. Okay, Nuggets sind aber, glaube ich, schwierig zu erraten. Weil Nuggets schmecken echt sehr ähnlich. Also, ich habe die von Burger King probiert, die veganen Nuggets. Die schmecken ganz krank wie Fleisch. Hast du bald viel faseriger. So, Nuggets, ne? Nuggets. Alrighty. Das werde ich nicht hinbekommen. Ich gebe dir das jetzt hier einmal. Safe nicht. Mhm. Mhm. Keine Ahnung, Digger. Really? Okay. Ich glaube, das würde ich hinbekommen. Echt? Bei Nuggets? Ja. Hier gibt mir immer das erste. Mhm. Nochmal das zweite. Boah. Ich glaube, eins ist Veggie und das zweite ist Fleisch. Das ist leider falsch. Echt? Ja, das ist tatsächlich leider falsch. Was? Also, das erste ist das Fleisch gewesen. Ich habe es extra umgedreht. Und das zweite ist Veggie gewesen. Ja, Chicken Nuggets sind auch sehr schwierig. Weil es ist halt einfach nur Fleischbrei frittiert mit einer Panade. Das kannst du halt kannst du alles rein. Kannst reinscheißen. Ich schmecke genauso. Probier. Probier. Ich muss Fleisch. Es ist halt auch einfach nur Fleischabfall, was in den Nuggets drin ist. Deswegen also. Das ist Fleisch. Aber jetzt iss mal direkt da hinten hinterher. Die kenne ich halt. Die schmecken halt voll nach Butter. Okay, das ist schwer. Ja, guck. Ich dachte, dass das mehr nach Fleisch als das. Boah, okay. Das ist echt schwer. Und ich dachte, das wäre so ein Kackfleisch. Deswegen, das hat so geschmeckt wie so ein Fleisch, was einfach das letzte vom letzten wäre. Was es ja auch ist, wahrscheinlich. Wir können mal kurz was schnell machen. Und zwar, wir haben nämlich jetzt hier Mortadella. Man weiß gar nicht, von welcher Marke das ist. Das werde ich auch nicht rausfinden. Die schmecken auch sehr geil. Die esse ich sehr gerne. Die esse ich auch tatsächlich sehr gerne. Wenn er sie gerne isst, dann wird er sie auch rausfinden. Aber der kennt den Geschmack, ja. Jetzt hier ein Röllchen auf die Hand. Oh, geil. Oh, dann essen die auch noch dieses Jahrfleisch. Anstatt, dass die sich wenigstens Biofleisch holen, holen die so Jahrfleisch. Wie damals. Na ja. Ja. Na ja. Das wäre auch ein guter Trick. Einfach zweimal aus derselben Packung was nehmen und dann gucken, ob der es errät, dass es das gleiche ist. Komm, Harber. Nein. Nicht wenn du kniest. Du hast keine Wurst von mir bekommen. Die Wurst ist aber ganz lecker. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich weiß es nicht. Das ist aus derselben Packung. Also in deiner linken Hand. Was glaubst du, was das ist? Das ist Veggie. Das ist Fleisch. Ich rate einfach. Genau andersrum. Echt? Genau andersrum. Oh, was? Okay, aber das ist glaube ich echt schwer. Aber du hast jetzt, warte, warte, warte. Direkt weiter mit den Salami. Okay, okay, okay. Soll. Wenn dir die nämlich pur haust, dann könnte es tatsächlich auch schwierig werden. Ich glaube nicht. Das ist ähnlicher Fettgehalt auf jeden Fall. Nee, aber die Salami ist, die Konsistenz nicht so fest war. Beide Röllchen. So, okay. Okay, ich mache mal nur so eine Konsistenz von den Röllchen. Also das ist die echte, ne? Das ist schwierig. Ja. Ah. Das kann ich dir sehen. Echt? Veggie, nicht Veggie. Okay, krass. Der Salami ist doch die Konsistenz ist das Problem. Vom Gewürzfakt ist beides geil. Wir haben noch ein Fingerfood, was dir mitnehmen kann. Und zwar nämlich ein... Ach, es gibt vegane Bifi? Gibt es vegane Bifi? Wichtigste Tankstellen. Oh, Frikos. Nee, nee, nee. Ich nehme dir eine Bifi, nehme ich mal hier in die Hand. Und in die anderen gebe ich auch eine Bifi. Ja, ja. Ich glaube, Bifi ist dasselbe Problem wie bei Salami. Ich gebe dir hier mal die andere rein. Also deswegen. Ist vielleicht ein ganz guter Test jetzt dazwischen. Try it. Ganz schwierig. Das zählt nie. Nicht Nummer dos. Das zählt nicht Nummer dos. Das ist dasselbe Problem wie mit der Salami. Oh, really? Ist das so easy? Das ist die Fleisch-Bifi, das ist die Veggie-Bifi. Oh, krass. Ja, krass, dass Salami so ein Konsistenzproblem hat. Ja, du kannst ja die andere, du kannst mal an die andere Seite reinbeißen, wenn du magst. Danke. Dann rate ich dir mal die letzte Runde an. Wir haben Würstchen, wir haben... Okay, Salami ist also schwierig. Okay. Männchen. Ach, das ist schon alles dann? Ohne Frikino. Ohne Frikko. Yes. Die fertigen Sachen, seht ihr in 3, 2, 1. So, scheinbar ist jetzt Essen hier, denke ich mal. Ich habe alles vorbereitet. Perfekt. Das sind die letzten, die Top 3 noch. Okay. Wir haben jetzt Chicken, wir haben jetzt Frikos und wir haben Würstchen. Nürnberger, glaube ich. Nürnberger, let's go. Ich glaube, ich fange mal mit dem an, was für mich am offensichtlichsten wäre. Du kriegst erst mal eine Wurst. Ich gebe dir eine in die Hand mit einer Gabel. Schade, ich dachte, du gibst mir das Würstchen. Nee, ist noch ein bisschen warm auch. Vorsicht. Wurst ist sehr schwierig, finde ich. Es gibt so viele ekelhafte vegane und vegetarische Würstchen. Aber es gibt auch echt gute. Aber die meisten sind nicht so gut. Deswegen esse ich sehr selten so Wurst. Weil ich sage immer, bei so Würstchen, gerade Grillwürstchen oder so, da schmeckt man es bestimmt ganz ordentlich. Was, Bruder? Die Konsistenz ist 1 zu 1. Krass, krass, krass. Die Konsistenz ist 1 zu 1, krass. Ich liebe eine Grillwurst. Aber die zweite ist salziger. Würdest du schon sagen, du kannst unterscheiden? Ich glaube, erst ist das Veggie, zweite ist Fleisch. Das ist richtig, tatsächlich. Aber die Konsistenz ist gleich. Das hätte ich nicht gedacht. Gönn dir eine Gabel und probiere. Ich mache gleich, ich mache am Ende nochmal. Dann komme ich zum zweiten Ding. Nummer 1. Chicken. Das ist Chicken. Das ist Chicken, genau. Das ist Nummer 1. Ich finde das irgendwie ein bisschen auch ekelhaft, muss ich sagen. Also es ekelt mich irgendwie an. Aber irgendwie ist es ja auch nicht so schlimm. Ich gucke auch Erwannio zu, wenn er bei Burking oder irgendwo Fleisch isst. Aber irgendwie so viel Fleisch so pur zu essen, die Vorstellung würde mich so anekeln. Oh. Das erste war viel trockener. Das zweite war so ein bisschen saftiger, so ein bisschen fettiger. Du hast so Magenschmerzen heute, würde ich nur mal ganz kurz sagen. Ne, mein Magen hält so super gut aus, weil ich esse auch an dauernd Schimmel einfach so random und mein Körper ist daran gewöhnt, dass ich... Ich esse Schimmel, okay. ... als Scheiße zu nehme so. Also falls ihr Single seid, könnt ihr einfach TJ anschreiben. Falls ihr verschimmelt seid, ich nehme euch ja auch. Kann ich mal das erste haben? Na klar. Boah. Das war das erste, das schmeckt wie das zweite. Ne, das ist das erste. Und das zweite? Das zweite schmeckt einfach leckerer, aber ich glaube das erste ist Fleisch. Erstes Fleisch, zweites Veggie. Krass, das ist richtig auch. Krass. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Wir bleiben nur noch die Frikadellchen. Boah, die Frikos. Da bin ich auch gespannt, weil Frikos kannst du... Frikos, Alter. Wer sagt denn Frikos? Ich glaube, ich bin echt gut faken. Na ja, ja. So, schauen wir mal. Ich glaube halt die Veggie... Vegetarische Frikadelle. Die Frikis haben tatsächlich einen komplett krassen Eigengeschmack, aber ich bin mal gespannt, ob du den rausschmeckst. Du hast ja lange nicht mehr, du hast ja lange nicht mehr gefleischt, damit du nicht gucken kannst, was viel Wasser ist. Boah, ist auch schwer. Boah. Weil das... Boah. Das zweite ist auf jeden Fall fettiger, aber es ist nicht salziger wie sonst bei dem Fleisch. Sonst konnte man es mal ganz gut unterscheiden, weil die Fleischvariante meistens salziger war. Ja. Aber jetzt nicht. Ich glaube, ich habe es aber. Ja. Das erste ist Veggie, das zweite ist Fleisch, aber ich finde das erste schmeckt geiler. Ja. Krass. Ja, auch wieder richtig. Meine Güte. Krass aber, dass du das höchstwahrscheinlich gerade, weil du lange kein Fleisch mehr gegessen hast. Ich finde, die Veggie haben viel besser geschmeckt. Was sind denn Veggie-Produkte gewesen, die du häufig selber gegessen hast von den Dingern, die dabei waren? Ähm... Nuggets, aber ich habe nicht die exakten Nuggets, die ich heute hatte. Die gönne ich mir immer. Also ich muss sagen, ich habe schon ewig... Die sind auch geil. Ewig lang. Die habe ich, ich glaube vielleicht einmal geholt. Ja. Aber die sind wirklich geil. Und was ich mir gerne hole, ist das hier, aber in Brot eingepackt. Das schmeckt übertrieben geil. Das ist halt so für Autofahrten, einfach so zwei Stück nehmen. Ich kann sagen, während des Autofahrtens einfach so snacken. Super sick. Aber... Pisse sponsert mich. Ein bisschen überrascht habe ich die Fischstäbchen, weil da war ich so überzeugt eigentlich, dass die Veggie-Sachen die echten sind, also die mit Fisch sind. Ja gut, ich freue mich übel krass, wir haben jetzt noch übel viel zum rein snacken. Ja ich... Da wird jetzt schon mal einer reingefuttert. Aber falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder sowas in der Art und sub gerne rein, weil ich probiere jetzt neben der Wochenshow jede Woche nochmal so ein extra Video zu finden. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Hustle. Der Lifestyle. Hustle. Kokain. Hier ist noch ein anderes Video und hier ist Sturmi. Haut rein. War interessant. War interessant. Irgendwie... Seltsam. Jemanden zu sehen, der lange kein Fleisch isst und dann wieder Fleisch isst, aber irgendwie auch interessant.